Ihr Hallo, ist da die Polizeistation? Mr. Richard Warwick wurde es eben aufgefunden. Tot. Erschossen. Tür geht auf. Ein unerwarteter Gast tritt ein. 5.10. Mai. Unvergessen. Voll bezahlt. Aus der Zeitung ausgeschnitten und dann aufgeknickt. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen nichts anfassen. Sie wissen schon, dass auf Oppressung schwere Strafen stehen. Sie sind also der Meinung, dass man nicht Ihrem Mann die Schuld an dem Unfall geben sollte? Natürlich war Richard schuld. Ich hatte mir den leisesten Zweifel daran. Sie haben ein Spiel mit mir gespielt. Aber es ist vorbei. Hören Sie? Das Spiel ist vorbei. Vielleicht. War ein Gast im Haus? Er sagte etwas zu Ihnen. Sie stritten miteinander. Sie griffen die Pistole. Sie hobelt haben ihn erschossen. Sie haben ihn in den Kopf geschossen. Zeigen Sie es mir vor. Los, ich sagte doch, Sie sind nicht geladen. Abdrücken. Und dann? Und dann fließt Blut. Überall Blut. Laura, bist du jetzt böse auf mich? Nancy ist verrückt, wenn Sie wollen. Aber ich möchte dahinter kommen, was das Ganze hier zu bedeuten hat.